Es ist der letzte Tag des Jahres und wir wollen jetzt Silvester feiern. Es ist zwar noch 2 Uhr, aber wir haben uns schon mal auf den Weg gemacht, weil wir natürlich am Ort der Orte sein wollen, direkt im Botanischen Garten vor der Harbour Bridge, um uns das grandiose Feuerwerk anzugucken. Also da muss man früh sein, weil ansonsten kriegt man nämlich keinen Platz mehr. Das heißt, wir hoffen, wir kriegen jetzt noch einen. Treffen uns gleich in der Stadt wieder mit Eric und vielleicht auch mit ein paar anderen Leuten aus dem Hostel. Und dann freuen wir uns alle schon riesig auf das Feuerwerk. Und wir haben diesmal sogar Glück. Die Sonne scheint, es ist fantastisches Wetter. Wir haben alles eingepackt, alles leckere Sachen, alles vorbereitet. Ja, wollen wir mal sehen, wie das gleich so wird. Unsinn, vielleicht geht's nicht ab. Ich lese. Und wir haben gestern, war ja noch mein Geburtstag, haben wir noch ein paar Sachen eingekauft, Eric noch ins Hostel gebracht und haben dann noch schön mit Fred und Lea ein super geiles Barbecue gemacht. Also es war richtig, richtig Hammer. Es ist ein gemütlicher Abend mit Biersteaks, Salaten und Anden und Dran draußen. Wetter ist tip top hier und kann heute nur noch so weitergehen. Wir sind auf dem Graschen, trinken ein Bier und wir sind über die Queue. Das wird wahrscheinlich dauert drei Stunden lang. Ich bin jetzt hier in der Big Ten of Gardens, weil es New Year's Eve ist. Schaut! 100 Liter! Ja! Das war schon genug! Das ist gut, trotzdem. Tobi, ich brauche Hilfe, ich brauche, ich brauche eine Seriös-Pierze. Schaut, Kunde? Ich habe noch etwas. Keiner, ich brauche einen, ist es zu schalten. 1,2,3,4 Keiner entspricht mehr Cuidern Huyb try den nicht. Ich möchte lieber hier bleiben. Keine Ahnung wie es ist, ich kann hier entscheiden. Wenn ich gleich kommt, ist schade. 2 Hours Until Childs Unter what? Stiles? Fireworks! Radio! These guys with the pink ribbon just think they're super cool. Look, they can get special access to the lower terraces of the fireworks. Hey, what did you say about your expression? He's a bum. And we're going over to the Sydney Opera House and leaving the Macquarie's Point. And let's check out if we can meet Richard and Lina and something like this. These guys from the Tokyo Village, but we don't really know what's happening. What's she doing? What the hell? She's got crazy! You should have grabbed her tits. Yeah, you should have grabbed her tits. Or wreaths up her skirt. Rad! I got in and out with alcohol. Look, no one's getting in. I just spoke German to Germans and I went up and talked to them in German and then they talked back to me, but I didn't understand them because I don't speak German. But they thought I was German, so it was cool. Awesome. Valerie was there! But she didn't see. Let's go. West's circle, like here. This one was closed. This one was closed. Wo ist Sebastian? Awesome. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Wie viele Leute ist das zu? Ich weiß nicht. Wie viele Leute ist er zu sagen? 100. Das heißt Happy New Year's Year. Ich weiß nicht. Happy New Year's Year. Sebastian und Sebastian's girlfriend Valerie. They are lost. They are garbage. Because they're lost. And we're trying to find them. And I'm trying to speak German. And it's New Year's. Say it. Ja. 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 Awesome. Ja. pretty beautiful. Ja. Ja. Jaens. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020